Was wäre ein Meta-KVP? Nun, es gibt einige Menschen, die für sich selbst ihre Arbeit verbessern, die bestrebt sind, immer weiter Fortschritte zu machen und die für sich selbst einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess anstreben, egal ob das nun institutionalisiert ist, also ob der Arbeitgeber einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess aufgesetzt hat oder ob diese Menschen aus eigenem Antrieb eben ihre eigenen Arbeitsprozesse immer wieder verbessern. Es gibt Gruppen, die so etwas tun, das ist häufig dann vom Arbeitgeber angestoßen und getriggert und das ist sicher gut und sinnvoll und soll so sein. Aber das ist noch nicht der Höhepunkt von dem, was man mit kontinuierlicher Verbesserung betreiben kann, denn auch das Management kann sich kontinuierlich verbessern. Und damit kommen wir zu einer Situation, wo nicht nur kontinuierlich verbessert wird, sondern wo auch der Prozess der kontinuierlichen Verbesserung kontinuierlich verbessert wird. Man könnte so etwas als Meta-KVP bezeichnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir damit deutlich besser an unsere Ziele kommen und deutlich zielgerechteter die Prozesse verbessern und wir dann tatsächlich in die Situation kommen, dass wir nicht nur Preise für kontinuierliche Verbesserung bekommen, sondern eben auch den wirtschaftlichen Nutzen, den wir dazu gerne hätten. Dies zumindest war ein Gedanke zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess, Teil des Ideenmanagements und wenn Sie das Thema interessiert, dann finden Sie hier rundherum noch weitere Informationen und ich freue mich, Sie bei Gelegenheit hier wiederzusehen. Bis dahin!